Ihr Wern! Was dann bei uns rauskommen würde, frage ich mich. Naja. Bermuda Shorts. Das ist von Nuller Coaster Tycoon 3. Ein sehr lustiges Spiel, das super Spaß macht. Ja, ich weiß, dass wir hier sind. Sieht man eigentlich gar nicht so von außen. Guck rein hier. Na, genau draußen. Ha, seht. Ah, der Chewie braucht noch Holz. Verdammt. Geh da jetzt hoch, geh da hoch. Da ist doch ein Baum. So, jetzt schnell. Verdammt. Aber wir waren vor Tagesende da. Drei Hölzer kann man so akzeptieren. Jetzt hätte ich um Sadi Wunz Lepster rausgeholt. Nein, wir wollten ja hier das Bettchen. Ähm. So. Hoffentlich spawnt hier jetzt nichts drin. Nein. Unser kleiner Unterschlupf bringt's. Ne, dazu brauch ich acht. Was soll ich mir denn machen? Legge? Ja, ich mach mir hier, ähm, Hosen. So, ja, ich hab'n neuen Skin, den hab' ich aus Spaß gemacht. Und... Zehn Eisen. Ja, ich weiß, dass ich nur in der Nacht schlafen kann. So, dann machen wir uns jetzt mal gleich ein eisernes Schwert. Und... Das rüsten wir als Zweitwaffe aus. Und... Was brauchen wir denn noch? Um in die Höhle? Ah ja, Fleisch. Fleisch brauchen wir auch noch. Ähm. Verdammt. Hier sollen... Schweine rumrennen. Wo laufen die denn? Hier läuft nichts. Das ist doch echt scheiße. Und jetzt ist diese kackte Musik auch noch so laut. Ha! Ah! Haha! Samen! Samen! Juhu! Ja! Den bringen wir jetzt mal schnell zurück. Obwohl, ne! Hey! Also, ich würd ja liebend gerne hierher ziehen, oder? Kack! Nein! 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 Wir brauchen Schweinefleisch! Oder Brote! Boah, ist das hier wieder zugewuchert! Ja! Oh Gott, ey! Boah! Zombie! 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 Habe ich gar nicht gehört durch die olle Playlist, die jetzt im Hintergrund läuft. Hey, cool! Das mach ich an meinem Kopfhörer gleich mal lauter! Schwein! Zwei! Drei! Hier! Oh je, jetzt renn! Ja! Bleib mir ja vor ne Pelle! Du auch noch! Renn da rein! Ja, zwei! Er breitet sich also nicht weiter aus! Jetzt geht er rein! Ah! Prima! Du Schwein auch noch. Geh da rein, geh da rein. So, ja. Ist das Schwein jetzt da reingerannt? Ja. Prima. Was, kam nix raus? Das ist ja ätzend. Aber sechs, ne vier, vier. Vier sollten es genügen. Was ist... Bist du, bist du, bist du wahnsinnig? Sag mal, gibt es eigentlich Evil-Schweine? Evil-Schicken kennen wir ja alle, aber Evil-Schwein? Stirb. Stirb. Verzeihung. Jetzt kam da wieder nix raus. So. Was haben wir jetzt hier? Vier solcher Dinger. Jetzt laufe ich nochmal schnell nach Hause. Also, zu unserem Vorposten da. Ja. Vielleicht sollte ich mir noch ne zweite Eisenspitzhacke machen. Also, das, das, das geht jetzt wirklich nicht. Ah, warte, ich brauch Cobblestones. Ja, ja, ja. Der Chewie versucht sich überhaupt nicht zu drücken. Damit er nicht in die dumme Höhle muss. Ne, macht er auch gar nicht. Den kenn ich, den Kerl. Der, 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 der ist total mutig. Hier, der hat hier, der hat hier schon fünfmal einen Attentat auf den Präsidenten ausgeübt. Na ja, gut. Sollte ich eigentlich nichts sagen. Hinterher kommen dann hier Leute an. Was? Attentat auf den Präsidenten? Na ja. In der Lego-Welt. Ja, in der Lego-Welt hab ich das gemacht. Wir wollen ja hier alles schön im Einheitsstil machen. Ähm. Ich sollte mir hier ehrlich die alle Spitzhacke noch ausrüsten lassen. Das ist Bonfire, äh, Siedler. Ja. Das mit der Playlist ergab sich eigentlich nur zufällig. Ja, ich hatte mal wieder eine, ähm, ein Let's Play von Gronkh gesehen. Und in diesem besagte er dass es, ähm, das Spielgefühl ungemein anheben würde, wenn man Playlists habe. Und hab ich mir gedacht, warum nicht? Probier doch mal aus. Mehr als Buh schreien können sie ja nicht. Ja, und jetzt hab ich ebenfalls eine Playlist. Haha. Eine sehr unausgereifte mit kaum Liedern drin. So. Und blüpp. Aber bessere Lieder als von Minecraft selbst. Die nie, die bei mir irgendwie kaum kommen. Ja, können wir später nochmal zumachen. Hm, jetzt muss ich, oh, Gott sei Dank. Ah, nee, da zieht doch eh keiner. Geht auch. So. Hier drunter sollte schon und blüpp. So. Und wie einen einheitlichen Stil. und blüpp. So. 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 die 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 das ist das muss ich jetzt extra hier so den Übergang das soll so so ein Mischmarsch Flair geben ja bitte lasst den Ton nicht wieder lecken ja das sind die neuen Türen boah ich dachte gerade da steht jemand ja stellen wir noch schnell hier unser Bett hin hm ja das herzlich willkommen in unserer schicken kleinen Vorhut aus dem Posten vielleicht benötigen wir noch ja Holz brauchen wir noch Holz weil dies ist unabdinglich eingehen hier wir waren in meiner Stärke wenn sie revolt in der ihr drin Ist glaube ich auch von Rollercoaster Tycoon 3. Ja. Ist... Hühnchen, dann kriegen wir Federn von dir, oder? Für Arovis, wir haben zwar keinen Bove, aber... Wo ist das denn jetzt hin? Ah, da ist es. Hm, schade. Wartet mal kurz. So. Hm, noch mal kurz Options. Ja, ich hänge hier ziemlich in den, ähm, ähm, mache ich das, ja. Mit der Einstellung habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. So, und dann geht es weiter mit dieser lustigen Rollercoaster-Typen-3-Musik. Hoffentlich übertönt diese Scheiße meine Stimme nicht. Ja, komm, die zwei Dinger da, die kriegen wir jetzt auch noch. Bitte schnell, schnell! Oh, wie, wie viele noch? Bin ich noch ein... Komm runter, so. Zehn Stück. Ja. Sollte vorerst genügen. Oh, scheiße. Ich sollte mich eigentlich gar nicht so hetzen. So. Jetzt schnell. Ja, super. Wartet mal kurz. Ne, so ist es nämlich Pause. So. Höre ich das auch noch? Äh, ich dachte gerade, da steht einer. Also jetzt hier alles rein. Brauche ich nicht. Ähm, benötige ich, benötige ich nicht. Toll, wir hätten eine Axt gehabt. Ist ja jetzt hier echt super. Brauche ich nicht. So, was brauchen wir davon denn jetzt? Komm, den Eimer können wir auch mal wegschmeißen. Bisschen Holz braucht man immer. Äh, Anno? Ja. Komm, Schere brauchen wir auch nicht. Feuerzeug, Feuer... Ja, Feuerzeug. Feuerzeug, ha, 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 ha. Komm, wir Skelette anzünden. Spitzacke. Und zwar eiserne. So, und falls wir hier sterben... So, haben wir hier noch sieben Eisen. Mutig begabt, er hält sich auf seine Reise. War eigentlich ein Huhn. So mutig wie er. Wart schon lange keiner mehr gewesen. Vor allen Dingen, da er irgendwie die erste Bewohner in dieser Welt hier ist, oder? Oder? Er schlug sich mit seinem Schwert durch einen Dschungel... ...aus Dreck und Erde. Ui, ui, ui. ...hofflich, ja, ui. Escape? Pause? Wartet mal ganz kurz. Ähm...